Sony hat auf der IFA ein neues Flaggschiff vorgestellt und zwar das Xperia Z3. Das hat den gleichen Formfaktor wie schon das Z2 im Anfang des Jahres. Allerdings haben wir eine neue Form außenrum. Es ist schön abgerundet, fühlt sich gut in der Hand an, weiter in einem Metallgehäuse. Ein Full HD Display, also nicht die ultrahohe Auflösung, wie Sie von LG oder von Samsung kennen. Allerdings ist das genug, denn dadurch wird der Akku geschont, der allerdings mit 3000 mAh ziemlich groß ist und durch mehr als einen Tag wahrscheinlich auch führen wird. Der neueste Prozessor ist von wieder hier mit dabei. Also wirklich ultra schnell das Ganze, wenn wir einfach Videos anschauen wollen oder noch selber Videos drehen wollen, die sogar mit 4K aufgezeichnet werden können, wie ja hier bei dem Z3 von Sony. Zudem ist die Frontkamera auch sehr schön scharf. Es ist wasserdicht, mal wieder, also wir können es mitnehmen zum Schwimmen. Und es sind viele Zubehör, es wurde viel Zubehör von Sony vorgestellt zu dem Xperia Z3, das wir dann verwenden können, um zum Beispiel noch bessere Fotos zu machen mit einer externen Kamera oder mit externem Mikrofon. Zudem ist es dünner, leichter als die Konkurrenzprodukte, hat aber trotzdem das hellste Display unter allen Smartphones. Mit 400, nee mit 600 Candela kann man es bei der hellsten Sonne, auch im Sommer oder egal wo man unterwegs ist, im Urlaub wunderbar verwenden, Bilder anschauen oder selber entsprechend Inhalte erstellen. Grundsätzlich kann das Z3 nicht viel mehr als das Z2 ist, hat eine etwas neue Form bekommen, allerdings den gleichen Prozessor, die gleiche Kamera und die gleiche Software mit der neuesten Android-Version. Allerdings haben wir hier jetzt einen etwas größeren Akku drin und vielleicht ein etwas verbessertes Kamerasoftware, die uns erlaubt, dann entsprechend mehrere Kameras miteinander zu verbinden. Ist natürlich ganz lustig auf Konzerten, aber im Alltag wird uns das beim Z3 vielleicht nicht so viel helfen.